So, wir fangen einfach mal an. Hier wieder ein Jahresrückblick. Ich muss in die Kamera schauen, nicht da auf dem Bildschirm. Für 2017. 2016 habe ich einen Jahresrückblick gemacht, am 31.12. Das möchte ich heute gerne wiederholen. Und wie man sehen kann, ist es diesmal nicht so schön sonnig draußen. Ich musste beide Softboxen aufstellen. Das kann man daran sehen, dass ich so ein bisschen von zwei Seiten beleuchtet werde und auch hier Schatten werfe. Das war letztes Jahr nicht so krass. Aber wettertechnisch ist es uns dieses Jahr nicht so vergönnt, Sonne und was weiß ich zu haben. Nicht mal Schnee haben wir, es ist viel zu warm. Dafür Regen und Grauwolken und ja, was soll's. Ich habe mir dieses Mal auch einen Zettel gemacht. Hier, krass oder? Voll übersichtlich. Um ein paar Punkte durchzugehen, habe ich mir eben auch nochmal das alte Video angeschaut. Das ging ja knapp 20 Minuten. Und dieses Jahr würde ich das auch gerne so halten, dass ich verschiedenste Bereiche wie Gesundheit, Beruf, Familie, Finanzen auch ein bisschen und andere Dinge anspreche. Ich habe letztes Jahr mit Gesundheit angefangen. Das werde ich dieses Jahr auch machen. Ja, Sport ist auch wie 2016, 2017 sehr, 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 sehr kurz gekommen. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht noch fetter geworden bin, als ich letzten Dezember schon war. Da waren es irgendwie um die 90 Kilo. Das haben wir immer noch auf den Rippen. Und durch eine neue Arbeit, die ich momentan ausübe, ist es halt so, dass ich nicht wirklich dazu komme, zum Sport zu gehen. Also ich könnte es machen, müsste dann aber um 5 oder um 6 aufstehen. Und da bin ich viel, viel zu faul. Obwohl ich 2015, wenn ich mich recht erinnere, oft früh um 6 oder um 7 im McFit war, auf dem Laufband und gelaufen bin. Und das ist auch eins der besten Bilder, glaube ich, auf Instagram gewesen, in 2017, dass ich auf dem Laufband stehe. Oder zumindest man das Laufband sieht und die Uhr und wie früh das ist. Ja, naja, Gesundheit. Es geht mir gut. Ich hatte jetzt zum Ende des Jahres hin ein bisschen Probleme mit Migräne, dass ich eine Woche lang richtig schönen Schädel hatte. Das hatte ich 2016, glaube ich, auch mal, wo ich nicht richtig gucken konnte, wo ich dann so flimmernd vor den Augen habe und der Kopf wehtut und das nicht weggeht. Auch nicht mit Tabletten. Und da war ich am Krankenhaus letztes Jahr. Und dieses Jahr war ich beim Arzt, der hat mich eine Woche krankgeschrieben. Und dann konnte ich mich einigermaßen regenerieren. Wundert euch bitte nicht, dass ich mir ständig im Gesicht rumfinge. Aber ich finde, ich sehe nicht so gut aus wie letztes Jahr. Letztes Jahr war zwar ein Bart, aber da war das nicht so zerstört, so zerheckselt das Gesicht. Aber egal, wir machen einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Ja, wie gesagt, gesundheitlich geht es mir soweit gut. Ich hatte auch so einen Gesundheitscheck. Das ist alles super. Vielleicht nochmal einen Lacher am Rande, den ich auch hier und da schon mal zum Besten gegeben habe. Mit meinen 90 Kilo bin ich natürlich etwas über dem Idealgewicht, wollen wir mal sagen. Und der Arzt wog mich dann, heuchte auch ein bisschen am Rücken mit so einem Stethoskop oder so, ob alles in Ordnung ist mit der Atmung und Blutdruck und so weiter. Und guckte dann auf so eine Pappscheibe, so eine alte Pappscheibe, das war bestimmt schon 20 Jahre alt, das Ding. Und drehte dann rum und dann, ja, sie sind leicht übergewichtig. Aber dafür brauchen wir das Teil eigentlich gar nicht. Das sieht man ja auch so. Und ich dachte mir so, boah, was für ein Arsch, aber auch sehr witzig in dem Moment, weil ich nichts anderes machen konnte als lachen. Er hat ja recht, ne? Also dieses Mopsige, das sieht man mir durchaus an. Und das hätte ich wahrscheinlich auch nicht mehr los in meinem Leben. Mal gucken. Ja, das zum Thema Gesundheit. Wie gesagt, geht mir alles gut. Zähne sind in Ordnung. Haare werden weniger. Man sieht das jetzt nicht so. Ich kann die so immer noch ein bisschen drapieren. Aber irgendwann werde ich wahrscheinlich in einem Jahresrückblick da mal mit so einem schräg, falsch, schief aufgesetzten Topie hier sitzen. Da möchte ich dann bitte keine Kommentare zuhören. Einfach ignorieren und lächeln und winken. Ja, was steht denn noch auf meinem wunderschönen Zettel? Beruf. Beruflich hat sich dieses Jahr ein bisschen was geändert. Eigentlich zwei Dinge. Das eine Ding ist, ich wurde ja, letztes Jahr habe ich mich ja so drüber gefreut, bei Bruno Gemünder auf unbefristet eingestellt. Ich bin zwar da von 40 auf 30 Stunden wieder runter, aber das war super. 30 Stunden arbeiten, die Bezahlung war gut und der Arbeitsweg war genial. Fünf Minuten mit dem Fahrrad, 15 Minuten zu Fuß. Das war richtig schön. Und dann war aber leider Mitte des Jahres Ende, denn die Firma ist zum wiederholten Mal insolvent gewesen. Das lag mit dem Ableben des Geschäftsführers, des Inhabers zusammen oder hing damit zusammen und irgendwann im März war das das Problem und dann zog sich das noch ein paar Monate hin. Und ich glaube im Juni wurde ich dann mit einigen anderen Mitarbeitern freigestellt, weil es nicht mehr möglich war, alle Löhne zu zahlen. Und Juli, August war ich, ja ich glaube Ende Juni, Juli und August war ich sozusagen freigestellt, arbeitssuchend, was auch immer. Also ich weiß nicht, also ich war zwar im Arbeitsamt, habe mich arbeitslos gemeldet, habe dann auch so ein Insolvenzgeld bekommen und habe aber dann relativ schnell neue Jobangebote gehabt. Da wo ich jetzt gerade bin, da komme ich gleich zu, ich hatte ein Stellenangebot, ein Jobangebot bei Sandbox Interactive, die machen dieses Albion Online Spiel und das war echt völlig abstrus. Ich habe mich da beworben, Freitag war ein Vorstellungsgespräch, da haben wir ein bisschen gequatscht, was so die Eckdaten sind, was ich kann, was ich machen muss und so weiter und so fort. Und dann hieß es, ja wir brauchen noch 1-2 Wochen, wir haben die Anzeige erst gestern online gestellt, wir melden uns dann und geben dir Bescheid. Am Montag kriege ich einen Anruf, kannst du am Dienstag vorbeikommen zu einer Vertragsunterzeichnung, wir wollen dich gerne einstellen. Ich so, what? Krass, da muss ich ja einen richtig guten Eindruck hinterlassen haben. Ja klar, komme ich morgen vorbei, kein Problem. Gehe am Dienstag dorthin, bekomme den Vertrag und gucke mir den so durch und meinte so, ja okay, ich lese mir den nochmal durch und dann unterzeichne ich ihn. Die haben mir ihren Vertrag, ihre Kopie, wie auch immer, unterzeichnet mitgegeben. Am Mittwoch kriege ich einen Anruf, ja wir können das doch nicht machen, wir müssen leider den Vertrag aufkündigen und du brauchst am Donnerstag, das wäre dann der Arbeitsbeginn, auch nicht kommen. Wir schicken dir eine Kündigung, die dann am Donnerstag auch kam, wo ich mir so dachte, was ist denn hier gerade passiert? Was war denn da los? Hab da angerufen, ja können sie jetzt nicht so viel zu sagen, ich kriege ein halbes Monatsgehalt fürs Nichtstun im Endeffekt, so als Entschädigung, aber geht leider nicht. Tja, ich schiebe es mal auf die Hackerattacken, die sie hoffentlich nicht mehr haben, ich habe mich jetzt in den letzten Monaten nicht wirklich groß mit Albion Online beschäftigt, aber ich schiebe es mal darauf, dass sie die Kohle für IT-Sicherheit brauchten und dann ein bisschen Abstrich in anderen Bereichen machen mussten. Hoffe ich mal, dass es so war. Aber ich weiß es nicht, vielleicht ist auch irgendwie ans Tageslicht gekommen, der ist ja gay, dem wollen wir nicht, wobei dafür würde ich glaube ich keinen Vertrag aufkündigen oder so, der noch nicht mal gestartet ist. Ich weiß es nicht. Ja, das war das eine Thema, da dachte ich erst so geil, ich arbeite jetzt schön aus Allee bei so einem Startup, das Büro war richtig cool, das Produkt war auch gut, so ein MMO auf verschiedensten Plattformen, alle spielen auf einem Server, egal ob auf Tablet oder auf Handy oder Konsole oder PC oder was auch immer und dann das. Das war so ein bisschen, ja, Kacke. Naja, und zwei Wochen später hatte ich aber dann schon einen neuen Termin bei der jetzigen Firma, wo ich bin, Freaks4u GmbH heißen die, das ist eine Agentur, die sitzt in Berlin Spandau und die kümmert sich um Spiele, relevante Firmen, um Firmen aus der Spieleindustrie, sei es auf Hardware-Seite, Monitore, Keywords, also Tastaturen, Mäuse, Headsets und so ein Kram, als aber auch auf der Seite von Vertrieb, zum Beispiel Amazon verkauft der Spiele, GameStop und so ein Kram. Oder auch für Publisher machen die viel, also für deutsche Publisher, für internationale Publisher machen die verschiedenste Sachen und als Agentur bieten sie sozusagen das Komplettpaket an, vom Community-Management und Social Media, wo ich sitze, bis hin zu Veranstaltungen, Event, PR, Marketing, was auch immer, was alles so anfällt für ein Unternehmen, das ein Produkt in der Spielebranche irgendwie vermarkten will, rausbringen will, was auch immer, oder schon Produkte hat und irgendwie eine neue Ansprache braucht oder irgendwie eine Community aufbauen will und was auch immer. Ja, und da bin ich seit 4.9.2017, also jetzt schon 19, 11, 12, vier Monate, Probezeit ist in zwei Monaten rum im Februar und ich fühle mich da eigentlich ganz wohl, merke aber, wie wenig ich meinen letzten Job wertgeschätzt habe, denn dieser Arbeitsweg, diese Anreise, das fällt mir mit am schwersten und diese langen oder späten Arbeitszeiten, das ist für mich eine gewisse Herausforderung, sagen wir es mal so. Ich meine, im alten Job war ich irgendwie 5 Minuten unterwegs zum Büro und 5 Minuten unterwegs nach Hause, hatte dann meine 40 oder später 30 Stunden Woche, jetzt bin ich bei einer 45 Stunden Woche, also 40 Stunden arbeiten und dann nochmal ein bisschen Pause obendrauf und dann fahre ich aber pro Tour so dreiviertel bis ganze Stunde, das heißt, ich bin relativ lang weg, also ich gehe um 7, um 8 aus dem Haus und bin um 7, manchmal auch erst um 8 wieder zu Hause und das merke ich, kostet mich viel, viel Zeit, ist ja klar, wenn man dann so bei 52 Stunden oder sowas Abwesenheit in der Woche ist, dann ist das viel und ich komme unter der Woche kaum zu etwas. Das hat sich so geäußert, dass ich dann im ersten Monat der neuen Stelle das Stream komplett eingestellt habe, weil ich einfach nicht klar gekommen bin, also ich war dann um 7 oder um 8 zu Hause und dann noch bis um 10, 11 Stream. Man kann zwar relativ lang schlafen, also im Zweifelsfall könnte ich auch erst um 8 aufstehen und um 9 losgehen und um 10 anfangen, aber umso später ich anfange, umso später komme ich da halt weg und das ist halt Montag bis Freitag. Also Freitag ist es besonders fies für mich, wenn ich so um 16 Uhr auf die Uhr schaue und denke mir so, oh, im Job davor konntest du jetzt schon gehen und hier musst du noch 2 Stunden ranklotzen. Es ist nicht so, dass nichts zu tun wäre. Also manchmal ist es weniger, jetzt vor Weihnachten war es natürlich richtig viel, da war es ziemlich stressig, aber ich merke halt, dass ich schon etwas älter bin und in einem Unternehmen, wo der Durchschnittsmitarbeiter um die 23, 24 ist, fühlt man sich auch ein bisschen alt. Und es ist auch ein bisschen ungewohnt, zumindest am Anfang gewesen, dass einer meiner Vorgesetzten, ich glaube 23 ist und ich bin 39, der ist 16 Jahre jünger. Das ist schon krass, aber ich komme langsam in ein Alter, wo wahrscheinlich das immer mal wieder der Fall sein wird, dass mir Vorgesetzte jünger werden, gerade auch in der Branche, Social Media, Community Management und vor allen Dingen also Agentur und Gaming und so, da ist das, glaube ich, mehr als normal. Ja, da bin ich wie gesagt jetzt angekommen, 4 Monate bin ich schon da, 2, 3 spannende Projekte, die ich betreue, das mir liebste Projekt ist das BAL-Projekt, PUBG-Event mit Hand of Blood und Fischkopf und Co. Es ist echt super, was sie da auf die Beine stellen, das Filmstudio ist atemberaubend für mich, also ich kenne ja sowas oder kannte sowas vorher nicht und da jetzt mit drin, mit einem Mangel rumzuspringen und ja, bei so einem Event dabei zu sein, ist schon echt cool. Das lässt einen sich wieder deutlich jünger fühlen, als man eigentlich ist. Ja, ansonsten, ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Probezeit ist bald rum und dann wird sich ja so eine Tendenz abzeichnen, auf dem Jahr ist es begrenzt, jetzt bis 31.08. Und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt auf meiner Liste, berufliche Umorientierung. Ich habe die letzten Wochen viel mich da, ich fummel schon wieder viel zu viel in meinen Haaren rum, oder? Ja, viel damit beschäftigt, was ich beruflich in den nächsten 10, 20 Jahren machen will. Also ich bin jetzt 40 und ich muss noch bestimmt 20 Jahre arbeiten, vielleicht auch 25 oder 30. Wir gucken mal, die wollen ja, glaube ich, bis 75 hochgehen. Und da muss ich mal schauen, was ich will. Ich habe jetzt 20 Jahre in der freien Marktwirtschaft gearbeitet, in verschiedensten Firmen. Wenn ich jetzt die ganzen Freelance-Projekte noch dazu zähle, dann bin ich sehr wahrscheinlich schon bei über 100 Unternehmen gewesen. Auch wenn ich zur Übertreibung neige, ist das nicht übertrieben, weil selbst in meiner Selbstständigkeit hatte ich ja schon fast 50 Firmen. Und in meiner Festanstellung in verschiedensten Bereichen war ich ja auch nie länger als ein halbes bis ganzes Jahr in einem Unternehmen. Und da kommt dann mit 20 Jahren Berufserfahrung auch noch ein bisschen was zusammen. Ja, und wie gesagt, ich gucke gerade, was man so machen kann, weil ich merke, in der Agentur komme ich zwar zurecht und es wird hier und da wertgeschätzt, dass ich eine gewisse Lebenserfahrung habe und vielleicht auch in dem Bereich Social Media ein bisschen, danke, eine Erfahrung habe. Aber ich merke auch, dass mir das zu, wie soll ich sagen, zeitweilig zu stressig wird. Und das ist nicht mal, also Stress ist ja nicht unbedingt immer was Negatives, aber ich merke halt, dass ich weniger belastbar werde, umso älter ich werde. Ich entwickle mich, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal gesagt, immer mehr zu meiner Mutter. Also ich bin hier und da ziemlich unleidlich und ziemlich ungehalten und merke das zumindest noch und finde das auch nicht angenehm. Und ja, der Auslöser ist bei mir da meistens Stress, dass ich das nicht so richtig oder nicht mehr so richtig gut verarbeiten kann. Ja, aber da gibt es dieses Jahr bestimmt noch ein bisschen mehr zu berichten, also in 2018, auch wenn wir jetzt noch in 2017 sind. Da halte ich euch aber in meinen täglichen Vlogs auf dem Laufenden. So, die Idioten fangen schon an zu knallen. Hinter mir könnte man vielleicht ab und zu mal eine Rakete hochschießen sehen. Wir gucken mal. Was auch noch sich ändert, ich habe ja gesagt, zwei Dinge haben sich geändert. Einmal habe ich den Festjob gewechselt und ich habe meine Selbstständigkeit aufgegeben. Zum 31.12., also zu heute, stelle ich meine Selbstständigkeit im Bereich Social Media ein. Ich habe dann sechs, fast sieben Jahre freiberuflich in dem Bereich gearbeitet. Die ersten drei Jahre waren sehr gut und sehr ertragreich. Die letzten drei Jahre waren nicht mehr so gut. Und jetzt 2016 und 2017, würde ich fast sagen, hat mich die Selbstständigkeit mehr gekostet, als sie gebracht hat. Sowohl finanziell als auch, ja, arbeitsaufwandstechnisch. Und man muss sich halt eingestehen, als Einzelkämpfer ist es sehr schwer, neben der Konkurrenz, die ja immer größer wird und jünger vor allen Dingen, zu bestehen. Ich weiß noch, 2010 bis 2013 war das kein Problem. Da konnte man in diesen Trog von, wie soll man das sagen, von potenziellen Kunden greifen. Und dann hat man immer jemanden rausgenommen, hat ihm gesagt, du brauchst Social Media. Und er hat gesagt, ja, cool, machen wir. Mittlerweile greifen da ganz viele in den Trog rein. Und es gibt immer mehr Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben. Ich hasse euch, Leute. Es ist 12.41 Uhr. Mann, ey. Und ich habe halt jetzt für mich entschieden, das bringt es nicht mehr. Zumal ich ja, wie gesagt, momentan einen relativ zeitintensiven Job habe, wo ich mich dann aufs Wochenende oder auf freie Abende durchaus freue. Ja, das heißt, ab 2018 bin ich wieder nur festangestellt, aber das ist schon okay so. Das passt. Die Arbeit macht Spaß und die anderen Eckdaten sind ja auch ganz okay. Was haben wir noch? Ich glaube, ich komme dieses Mal über 20 Minuten Freelance. Geburtstag. Ich habe dieses Jahr wieder Geburtstag gefeiert. Ich bin 39 geworden. Nächstes Jahr werde ich 40. Irgendwas Großartiges müsste ich da eigentlich machen. Aber ich habe nicht so richtig die Kohle dafür und auch nicht den Bock. Und naja, wir gucken mal. Aber es ist ein runder Geburtstag. Eigentlich muss ich da irgendwas machen. Ich habe dieses Jahr auch wieder dieses bei mir zu Hause Sit-In gemacht, dass man da von 10 bis 22 Uhr hier sitzt und ab und zu kommen ein paar Leute vorbei und essen was und quatschen mit dir. Das hat ganz gut funktioniert. Und ich glaube, nächstes Jahr werde ich das anders gestalten müssen. Ich muss irgendwie ein Event daraus machen. Ich weiß nicht, ob ich dann 40 Leute einlade oder wie wir das dann regeln. Ich habe keine Ahnung. Meine Mutter hat sich schon angekündigt für den 40. Geburtstag. Die sind irgendwie am 27. oder 26. oder am 29. Ich glaube am 29. in Berlin auf einem Event und wollen dann hier vorbeischauen. Und mir sagen, herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt 40. Danke. Ja, Geburtstag war cool. RPC waren wir dieses Jahr wieder. Der Germain und ich. Nach dem Desaster letztes Jahr, wo Germains Handy gemopst wurde. Ich gucke mal kurz, wie viel Zeit? 17 Minuten. Ach du Scheiße. Ja. Waren wir dieses Jahr wieder da. Zwei Tage, nicht ein Tag. Mit Übernachtung. Da liegt ein Schild. Der war diesmal nicht dabei. Aber ich habe dieses Mal ein neues Schild. Letztes Mal war ja ein Captain America Schild hier. Und dieses Mal ist es ein Allianz Schild. Wieder von ThinkGeek. Wenn ihr irgendwelche nerdigen Rucksäcke braucht. Oder darauf irgendwie steht. Oder keine Ahnung. Sammelt oder was auch immer. Guckt mal bei ThinkGeek vorbei. Die haben richtig gute Sachen. Die hatten auch so einen Zelda Rucksack von Dingster of the Breath. Breath of the Wild oder so. Den hätte ich mir auch fast geholt. Aber wie gesagt, dieser ist es geworden. Und der ist echt schön. Und den werde ich vielleicht nächstes Jahr auf irgendwelche nerdingen Events tragen. Mal gucken. Oder ich nehme mich mit ins Büro. Fotoshooting haben wir damit auch schon gemacht. Und ja, mal gucken. RPC war ganz gut. Wir waren zwei Tage dieses Mal da. Der zweite Tag war aber irgendwie stinklangweilig. Es reicht wirklich einen Tag. Weil die RPC ja von der Fläche her sehr, sehr gering ist. Es wurde uns nichts geklaut. Man hat versucht uns zu bescheißen. In der Jugendherberge. Da muss ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr ausholen. Und die Jugendherberge war gebucht Anfang letzten Jahres. Leider doppelt, weil der Tarnis ja ein bisschen älter wird und Sachen vergisst. Aber egal, Doppelbuchen kann man ja einmal stornieren, einmal benutzen. Und dann hieß es ja, das Zimmer kostet jetzt nicht mehr 80 Euro pro Nacht, sondern 140. Das sind 60 Euro mehr. Und dann, hä, wie, ich habe doch hier, ja, da ist ein Sternchen dran. Und bei dem Sternchen steht, die Preise können doch variieren. Aber die können ja nicht sich fast verdoppeln. Das ist doch völlig maßlos. Ja, die Preise machen wir nicht. Naja, und dann haben wir geguckt, was machen wir jetzt ohne Übernachtung. Nachtdurch machen schon wieder. Scheiße, und wir fahren erst morgen Nachmittag wieder nach Hause. Ist nicht so geil. Ja, und dann haben wir auf gut Glück noch ein Vier-Sterne-Hotel gefunden, was irgendwie für zwei Personen 120 Euro wollte, statt 140 für eine Jugendherberge. Und dann sind wir da angegangen und haben gesagt, wir machen es schriftlich. Ich zahle hier gar nichts und stornieren Sie das bitte. Und Sie haben meine Adresse, schicken Sie mir Post und dann klären wir das. Und bis heute ist nichts gekommen. Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, sieben Monate. Kein Schriftstück von dem Jugendherbergsverband Ring, was auch immer. Und ich fand das ziemlich dreist. 140 Euro. Plus nochmal die Stornogebühr, da hätten wir 210 Euro für eine Übernachtung für zwei Personen in der Jugendherberge gezahlt. Wo ich so dachte, hä, geht's noch? Geht's euch noch gut? Seid ihr noch ganz knusper in der Birne? Ja, naja, wie gesagt, haben sie wahrscheinlich versucht, irgendwie ein bisschen abzuzocken. Und zum Glück habe ich gesagt, nö, möchte ich nicht. Ja, aber sonst, RPC, wie gesagt, war ganz gut. Am Samstag war der Thorsten die ganze Zeit dabei. Am Sonntag, glaube ich, nicht mehr. Am Sonntag haben wir noch kurz Mike und Oskar gesehen. Und nächstes Jahr, also 2018, werde ich zumindest privat nicht mehr hinfahren. Ich glaube, Germaine auch nicht. Und falls es beruflich ein Thema wird über die Firma, dann gerne. Aber wie gesagt, privat. Es ist relativ schnell abgelaufen und bietet leider für mich Brettspiel-Nerd nicht so viel. Also es ist sehr viel LARP, sehr viel Tabletop. Und ja, also wie gesagt, 2018, wenn dann nur noch beruflich, nicht mehr privat. Was haben wir noch? Der Familie, geht's gut? Wir haben dieses Jahr Weihnachten in Berlin gefeiert. Da steht auch so ein Weihnachtsbaum hier um die Ecke. Nicht auf Rügen, sondern in Berlin. Nächstes Jahr überlege ich schon, ob ich Weihnachten und Silvester auf Rügen verbringe. Ich weiß nicht, ob ich das meiner Familie antun kann. Da muss ich diese, 2018 war so, mich so langsam vortasten. Wir wechseln uns ja immer ab. Also ein Jahr sind wir in Berlin, ein Jahr sind wir dort. Ein Jahr sind wir in Berlin, ein Jahr sind wir dort. Und so weiter und so fort. Ja, war schön. War, wie soll ich sagen, für die Mama und den Jens war es, glaube ich, deutlich angenehmer, weil sie diesmal in einem Hotel übernachtet haben. Das heißt, sie mussten nicht auf dem Sofa hier pennen oder auf dem da drüben. Das wollen sie irgendwie nicht mehr. Kann ich aber auch nachvollziehen, dass man irgendwann bestimmte Sachen nicht mehr kann oder will. Und meine Mutter ist, was Matratzen angeht oder was die Unterlage des Schlafens anbetrifft, sehr empfindlich geworden. Und da sind ihr, die Couchen hier, glaube ich, zu hart. Und es ist relativ laut, weil wir hier an der Straße wohnen. Und naja, und dann sind sie im Hotel untergegangen, gekommen, nicht untergegangen, waren Heiligabend hier, wir haben lecker gegessen. Am ersten Feiertag haben wir noch was zusammen unternommen. Und am zweiten Feiertag waren sie dann noch bei der erweiterten Familie. Und jetzt sind sie gerade in Dresden und werden Silvester dort verbringen. Wo sind wir? Oh oh, 22 Minuten. Ich glaube, ich komme heute auf 30 Minuten. Scheiße, scheiße, scheiße. Familie Silvester. Finanzen ist vielleicht nochmal ein Thema. Da steht hier nochmal extra. Genau. Finanziell ist momentan ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin kurz gemeint, dass die Selbstständigkeit ein bisschen mehr gekostet, als sie gebracht hat. Und ich muss irgendwie gucken für 2018, dass ich meine Finanzen mal besser in den Griff bekomme. Das ist, glaube ich, auch einer meiner größten Vorsätze für 2018. Weniger Geld für Scheiße ausgeben und ein bisschen mehr darauf achten, was ich mit dem mir verfügbaren Geld eigentlich tue. Wer meine Wohnung kennt, weiß, dass hier viel, viel Zeug, viel, viel Klimbim und Kram drinsteht, viele Brettspiele. Und ähnlich sieht es auch in meiner Steam-Library aus. Ich habe letztens die 500 Spiele geknackt, aber vielleicht 10% davon gespielt. Und deswegen muss ich irgendwie mal anfangen, ein bisschen mehr auf mein Geld zu achten, weil irgendwann ist es alle. Und dann sitzt du da und denkst dir so, hm, und jetzt? Wer kauft für meine Bockwurst und wer zahlt meine Miete? Ich habe einen Job, von daher ist alles gut. Aber man merkt halt hier und da, dass man ziemlich unbedacht, oder ich zumindest in meinem Fall, die Kohle rausschmeißt für Twitch. Abos, Subs, was auch immer, Donations und so weiter. Ist ja da, ist ja kein Problem. Und da muss ich, wie gesagt, anfangen, ein bisschen mehr ein Bewusstsein für aufzubauen. Da ein bisschen weitblickender, wie auch immer, mit der Kohle umzugehen. Ist auch ein Grund, wie gesagt, warum ich die Social-Media-Freelance-Sachen einstelle, weil am Ende nicht so wirklich viel bei rumkommt und der Aufwand einfach mal größer ist als der Nutzen. Aber keine Sorge, es geht mir gut. Ich muss ja nicht ausziehen oder so. Es sei denn, ich fange nochmal einen anderen Job an so und wohne vielleicht woanders oder so. Aber, wie gesagt, alles in Ordnung. Jetzt geht das da hinten immer noch weiter. Die sollen mal aufhören, ihr Knallzeug schon jetzt zu verschießen. Es ist dunkel, es sieht doch eh keiner. RPC, Umzug. Ah, ja, genau. Ich habe gestern noch bei einem Umzug mitgeholfen. Habe ich mich gerade erschrocken? Nee, ich glaube nicht. Bei einem Umzug mitgeholfen vom Nick. Das ist ein Arbeitskollege. Den kenne ich jetzt vier Monate. Der ist auch bei Freaks4U. Der ist von Hellersdorf, Richtenberg. Keine Ahnung. Irgendwo ziemlich östlich von Berlin ist er gezogen, jetzt nach Bernau. Und wir waren gestern von 10, nee, von 8 bis 14.30 ungefähr mit dem Umzug beschäftigt. Und das war echt cool. Hat Spaß gemacht. Glaubt mir das jemand, wenn ich das so sage? Ich glaube nicht, oder? Also es war gut, weil wir so viele waren. Es war gut organisiert. Die Kisten waren gepackt. Wir mussten alles raustragen. Der LKW war proppevoll. Es war schweinekalt. Und das Highlight dieses Umzugs ist eigentlich, dass meine Jacke weg ist. Meine Jacke, die ich anhatte, um nicht zu erfrieren auf dem Weg dorthin, ist weg. Ich habe die da in den Flur gehangen. Und dann, als wir dann in die neue Wohnung gefahren sind, meinte ich so, wo ist meine Jacke? Wusste keiner. Wo ist denn die? Ja, finden wir schon. Die wird bestimmt irgendwo mit bei den Kartons liegen. Dann waren wir in der neuen Wohnung, haben alles ausgeräumt. Wo ist denn die Jacke? Finden wir nicht. Ist scheinbar weg. Ich war so froh, dass ich sowohl meine Busmarke, meinen Schlüssel, mein Handy und mein Geld alles in der Hose hatte und nicht in der Jacke, weil das wäre richtig blöd gewesen. Das Einzige, was jetzt weg ist, sind meine Handschuhe. Ich habe keine Handschuhe mehr. Muss ich mir, glaube ich, neue kaufen. Und mal gucken, ob der Nick die Jacke findet oder ob sie wirklich komplett abhandengekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt von Nick erst mal eine Jacke gekriegt. Die ist ein bisschen groß, aber schön warm. Sah ich so ein bisschen aus wie ein Gangster, als ich gestern nach Hause gegangen bin. Aber ja, das war nochmal so ein Highlight für dieses Jahr am 30.12. bei einem Umzug cashmove. Wer zieht denn bitte zwischen den Jahren um? Aber wie ich erfahren habe gestern, ist das wohl in den letzten drei Jahren so der Fall gewesen. Mal gucken, wie es 2018 wird. Aber wie gesagt, das war schön. Ich habe neue Leute kennengelernt. Da sind auch nette Leute dabei gewesen. Die waren echt super sympathisch. Und mal gucken, vielleicht kommen wir ja 2018 mit denen, was unternehmen. Oder ich gehe heute doch noch spontan auf eine Silvesterparty und streame nicht zwölf Stunden. Ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Wir sind bei 26 Minuten. Zusammenfassend würde ich nochmal sagen, 2017 war ein durchwachsenes Jahr. Es war ganz okay. Es hat sich ein bisschen beruflich was geändert. Finanziell, wie gesagt, ist es ein bisschen öh, aber egal. Und gesundheitlich ist alles gut, nur dass ich ein bisschen mehr Sport machen muss. Jetzt muss ich nur schauen, ob ich mich nächstes Jahr dazu aufgerafft kriege, vor der Arbeit zum Sport zu gehen. Denn wenn ich um 19 oder 20 Uhr zu Hause bin, dass ich dann noch zum Sport gehe, ist eher unwahrscheinlich. Wer mich kennt, wird sofort ja schreien. Aber ja, gut. Dann haben wir das. Silvester steht an. Wir haben noch knapp 11 Stunden, 11 Stunden und 7 Minuten. Dann ist dieses Jahr auch vorbei. Ich werde Silvester dieses Jahr zu Hause feiern. Letztes Jahr war ich ja bei Julia und habe mit ihr die Tiere ein bisschen gehütet und wir hatten lecker Essen und haben ein bisschen Feuerwerk geguckt dort draußen in Buch oder französisch Buch. Ne, französisch Buchholz? Panko? Irgendwo da oben. Und dieses Jahr werde ich zu Hause verbringen. Ich werde heute vorm Rechner sitzen, das, was ich am liebsten mache und Spiele spielen und zusammen mit Enno ein bisschen quatschen. Wir haben von 18 Uhr an bis morgen früh um 6 einen 12-Stunden-Stream geplant. Mal gucken, ob Enno so lange mitmacht oder ob er zwischendrin abspringt. Ich habe den Leuten versprochen, dass ich diese 12 Stunden streame und das werde ich heute auch tun. Ab 18 Uhr auf YouTube und auf Twitch am 31.12.2017 werden wir ein bisschen was zocken und mit euch reden und Hello Kitty Sekt trinken und Pfannkuchen essen und was weiß ich alles noch machen. Singen, sinieren, lachen, weinen, was auch immer. Wer das sehen möchte und kann, falls er selber nicht verplant ist oder zwischendrin vielleicht mal sein Handy rauszücken will, um kurz zu schauen, ist herzlich dazu eingeladen. In 5 Stunden geht's los. 5 Stunden und 6 Minuten. Und ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Jahr 2017. Es ist alles so verlaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt. Es ging euch gut, es geht euch gut und in 2018 soll es doch genauso, wenn nicht sogar noch besser werden. Also, kommt alle gut rüber, habt ein erfolgreiches Jahr 2018, schließt mit dem 2017 möglichst friedlich ab und wir sehen uns dann in den Streams und in den täglichen Vlogs, denn die gehen natürlich auch weiter. Vielleicht noch 2-3 kleine Statistiken bevor ich weg bin. Auf YouTube bin ich mittlerweile auf fast 60.000 Views hoch, was aber nur daran liegt, dass ich jeden Tag so ein beklopptes Video raushaue, was dann so 5 Views generiert und dann ist das über das Jahr gesehen, sind das schon mal 1.500 oder so oder noch ein bisschen mehr, vielleicht sogar 2.000. Die Subs sind hochgegangen auf 2.25. Nicht schlecht, als ich angefangen habe mit meinen Videos vor 3-4 Jahren, glaube ich, waren es 50 oder so. Nicht gut, nicht schlecht und ich habe mittlerweile 1.617 Videos. Mit dem sind es dann 1.618. mehr Masse-Stadtsklasse kann man ja auch auf mich abbilden. Ach, hören wir lieber auf. Und auf Twitch sind wir mittlerweile über die 1.000 Follower gekommen und haben auch fast 20.000 Views, wobei ich da ehrlich gesagt der Meinung bin, dass der Großteil der Follower da nicht mal wissen, wem sie da folgen, weil es irgendwie über die App immer so Vorschläge gibt für Kanäle und ja, ja, folgt mal und fertig und wahrscheinlich auch viele Bots dabei sind. Also, naja. Und das ist auch übrigens der Grund, warum ich heute einen 12-Stunden-Stream mache, weil ich die 1.000 geknackt habe. Eigentlich wollten Leute, dass ich einen 24-Stunden-Stream mache, aber das schaffe ich nicht. Da bin ich zu altbacken für. Das kriege ich nicht mehr hin. Aber 12 Stunden sollten drin sein. Mal gucken, wie es dann heute ab 1 wird, wenn ich so langsam in meinen Stuhl einpenne und denke, oh, nur noch 5 Stunden. Red Bull ist im Kühlschrank ohne Zucker und kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Also, dann, wünsche euch was, wünsche euch was, ich wünsche euch was, ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Lasst den Abend oder Nachmittag oder 2017 gut ausklingen, habt eine schöne Zeit, feiert nicht alleine, falls doch, guckt heute, wie gesagt, auf YouTube oder Twitch vorbei. Da sind so ein paar Hürbel, die euch bestimmt zum Lachen bringen können. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in 2018 und ich werde jetzt mal den Weihnachtsbaum wegschmeißen, glaube ich, so aus dem Fenster raus auf irgendwelche Leute, die jetzt schon knallen. Bis dann, tschüss. Tschüss.